Hallo meine Zuschauer und willkommen zu einem ganz, ganz kurzen Video. Ich will euch nur mal kurz zeigen, was jetzt aus der Stage geworden ist, die wir jetzt dann angefangen haben. Jo, ähm, ihr seht, ich hab ordentlich dekoriert und, äh, ja, wir fahren sie jetzt einfach mal direkt. Äh, kann man ja mal machen, ne? So, ich seht hier sogar schön, ich drücke F5. Ihr seht, der vorne kommt der Amos, der uns ja jetzt hier die Strecke kaputt macht. Genau. Drücken wir mal F5. Und dann sehen wir jetzt gleich, wo uns den Geist hier überträgt. Das Merkwürdige ist, ich hab nichts geändert. Das ist jetzt wirklich purer Vorführeffekt. What the fuck. Das war jetzt mal merkwürdig. Nochmal. Also eigentlich passiert das nie. Das hab ich auch noch nie abgeändert oder so. Das Ding wurde nicht resettet. Das ist grad alles mit dem Eimer. Wait a second. Irgendwie ist hier gerade alles kaputt. So, nochmal. Und das ist jetzt einfach nur, ähm... Irgendwie ein kleines Show-Video. Was kommt jetzt? Nicht zwei? Hä? Aber warum wird der nach Gartel portiert? Das ergibt keinen Sinn. Okay, Leute. Dann kriegt ihr heute mal ein... ...möglich komplett ungeschnittenes Video. Indem wir gucken, warum das hier nicht funktioniert. Effekt-Skill. So, mal ganz schnell gucken hier. Also, das hier wurde nicht zurückgesetzt, weil ich erstmal hier hinten langfahren muss. Tu mal deinen Job hier. Dankeschön. Also, hier unten wird jetzt alles zurückgesetzt. Sei... Nein. Warum nicht? Weil... Weil... Der... Hier... Irgendwie... ...müsste, was ich möchte. Okay, wartet mal. Ähm... Das ist merkwürdig. Ey, ihr seht nämlich hier auch. Wartet mal. Hier. Das ist einfach nur, dass es... ...müsste, was ist denn mit 1,9? Ähm... Achso, ja. Das ist das da. Ähm... Wieso wird das hier nicht resettet? Wo ist der Command-Block der... Wo ist der? Hier muss irgendwo Command-Block sein. Hier. Oh, weil ich da nicht drüber gefahren bin. Ja, das ist logisch. Genau. Die Frage ist nur, warum tippiert ihr den so schräg? Eigentlich soll der den ja nur... ...in x-Richtung... Mal kurz schauen. Also, y wird nur 0,5 hoch gemacht. Und x auch nur 0,4. Also, eigentlich ist da nichts geschrieben von wegen Z. Oder... Ah, wisst ihr, es kann sein, da das Minecart vom Amor-Stand weggeschoben wird. Das kann natürlich passieren. Werden wir jetzt kurz schauen. Da der Amor-Stand, sag ich mal, sich ins Minecart so sehr reinwackt. Und deswegen... Ähm... Ja, es einfach verschiebt. Werden wir ja jetzt... Jetzt sehen, ne? Okay, merkwürdig. Also, anscheinend ist es einfach nur ein kleiner Vorführeffekt gewesen. Aber ja, so sieht die Stage jetzt aus. Ich finde sie eigentlich relativ schön. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, ob das geht. Hier hängt einer einfach am Pranger. Geil, ne? Ja. Sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und so, wir werden heute gehen mal.